Fashion-Store Look & Like bei Dodenhof blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Stadtmagazin TV. Der Fashion-Store Look & Like bei Dodenhof nähert sich in großen Schritten seinem einjährigen Jubiläum. Im Laufe des ersten Jahres konnten immer mehr Stammkunden vom breiten Angebot überzeugt und zunehmend Laufkundschaft gewonnen werden. Von bis. Also wir haben von 14, von 12-Jährigen bis hin zu 85, also wir sagen ja immer so schön, von jung bis jung geblieben findet hier eigentlich jeder was. Dadurch, dass Sie hier auch Ware, die Sie im Haupthaus erworben haben, umtauschen können, Gutscheine kaufen können. Also dadurch profitieren viele, die dann kein Auto täglich zur Verfügung haben, um dann ins Haupthaus zu fahren. Wir werden insgesamt wieder ruhiger, die Farben werden gedeckter. Es geht vielmehr hin in schlichte Eleganz. Das Ganze kombiniert mit Sneaker. Also Sneaker ist nach wie vor ein großes Thema. Dann auch vielleicht eine schöne Tuchhose, schöne Bluse dazu, aber wir werden insgesamt ein bisschen gedeckter von den Farben. Bordeaux wird ein großes Thema sein. Und wie gesagt, Grau, Weiß, kommt ja darauf an, welche Frau drinsteckt, dass man das verkörpert. Und wenn man das Ganze dann noch mit einer schönen Highlight- oder Statementkette aufwertet, mit Schmuck kombiniert, Accessoires generell, dann hat man da doch trotzdem einen Blickfang gesetzt. Die Kunden und Freunde des Look & Like bei Dodenhof erwartet am 9. September eine Feier zum Einjährigen Bestehen. Interessierte können sich telefonisch unter 04191 700 492 anmelden. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.